Wir haben keine mit Fieber gehabt oder Temperaturen. Das heißt, man sieht nur eine körperliche Schwäche. Bei vielen war es so, dann wurde ihnen schlecht oder sie haben einen Durchfall bekommen. Das ist jetzt gar nicht mehr. Jetzt aktuell haben wir Augenentzündungen sozusagen sehr stark. Es sind alles Bewohner, die schwere Grunderkrankungen hatten oder über 80 Jahre waren. Das heißt, sie sind mit Corona gestorben, nicht an Corona. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ich bin hier gerade in Norderstedt bei einem Altenheim. Hier habe ich in der Zeitung gelesen, dass es hier neun Corona-Tote gab. Und da habe ich mir gesagt, ich fahre einfach mal hier hin und schaue, was hier los ist. Deswegen stehe ich hier heute mit der Chefin des Altenheims, Frau Krause. Erstmal hallo, Frau Krause. Hallo. Frau Krause, wollen Sie meinen Zuschauern einfach mal erzählen, was hier los ist? Ja. Also wir haben leider das Pech gehabt, dass uns Corona erwischt hat. Viele Bewohner und auch Mitarbeiter. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wann war der Erste, der positiv getestet wurde? Wann war das? Weil neun hört sich jetzt ja sehr viel an. Ihr Haus ist ja relativ klein. Wie viele Plätze haben Sie, wenn ich frage? Wir haben 125 Plätze und wir hatten nachher 33 Betroffene. Und davon waren 17 Mitarbeiter auch betroffen. Jetzt hat sich aktuell die Lage stabilisiert, sodass wir sagen, wir haben nur noch fünf Corona-Fälle und fünf Mitarbeiter, die jetzt aus der Quarantäne zurückkommen. Und wann ist der Erste positiv getestet worden oder wann ist der Erste gestorben, der dann ein Corona-Fall war? Also es war so, dass wir am 15. letzten Monat war das so, dass wir den ersten Fall hatten und dass sich das relativ schnell verbreitet hat. Und wie war das dann, also der erste Tote? Sie hatten gesagt, der erste war am 15. ist getestet worden. Hatte der, warum wurde der getestet? Einfach routinemäßig oder weil er Symptome hatte? Also es war so, dass wir ganz schlecht feststellen konnten, wie sind die Symptome. Wir haben keine mit Fieber gehabt oder Temperaturen. Das heißt, man sieht nur eine körperliche Schwäche. Bei vielen war es so, dann wurde ihnen schlecht oder sie haben einen Durchfall bekommen. Das ist jetzt gar nicht mehr. Jetzt aktuell haben wir Augenentzündungen sozusagen sehr stark. Das Problem war, wir haben einer Einrichtung geholfen, die in Schieflage geraten ist, um die Bewohner aufzunehmen. Alle Bewohner von dort hatten einen Negativabstrich, Mund-Nasen-Rachen-Raum. Aber leider war es so, dass dort eine Mitarbeiterin positiv getestet worden ist und sich noch sehr herzlich verabschiedet hatte von ihren Bewohnern. Und dadurch hatten wir leider das Problem, dass wir angesteckt worden sind. Okay, also Sie meinen, das kommt von dieser Mitarbeiterin? Wir konnten es nachweisen aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Es gibt sozusagen eine Viruslast, die derjenige hat. Und ich selber war ja auch betroffen und somit konnten wir es dann nachvollziehen. Okay, jetzt nochmal Schritt für Schritt. Also Sie haben gesagt, Sie hatten dann den ersten, der positiv getestet wurde. Wann kamen dann die ersten Toten? Also man darf nicht vergessen, wie es im Moment immer gesagt wird, ja, sie sterben alle an Corona. Das ist es nicht. Es sind alles Bewohner, die schwere Grunderkrankungen hatten oder über 80 Jahre waren. Das heißt, sie sind mit Corona gestorben, nicht an Corona. Und circa zehn Tage später ging es leider los, dass Bewohner verstorben sind. Und wie ist das jetzt so hier in so einem Altenheim? Da sterben ja wahrscheinlich regelmäßig Leute, weil natürlich hier alte Leute sind. Die haben, wie Sie sagen, oft Vorerkrankungen. Ist es jetzt außergewöhnlich viel, dass jetzt viele gestorben sind oder kann man sagen, das ist so im Durchschnitt? Also es sind mehr als sonst, aber es ist natürlich eine Riesenbelastung auch für die Mitarbeiter. Man darf nicht vergessen, es sind 17 Vollzeitkräfte weggefallen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, alle anderen Mitarbeiter sind enger zusammengerückt und haben gesagt, was können wir machen? Und die psychische Belastung nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die Bewohner, die dann in ihren Zimmern verbleiben mussten. Und für die Mitarbeiter, das ist enorm. Und man wird so ein bisschen von den Behörden, nicht vom Unternehmen wirklich alleingelassen. Das heißt, was machen wir, wenn auch noch 17 Mitarbeiter in Quarantäne sind? Sie dürfen nicht mit Bus und Bahn fahren. Aber sehen Sie zu, wie Sie die Pflege gewährleisten. Aber ist es nicht so, ich habe gelesen, dass vor allem in Altenheimen und Krankenhäusern, dass da die Angestellten, auch wenn sie einen positiven Corona-Test haben, so habe ich es zumindest mal in der Zeitung gelesen, dass sie, obwohl sie einen positiven Corona-Test haben, weiter arbeiten dürfen, aber abends in Quarantäne gehen müssen. Wie ist es bei Ihnen hier? Nein, das liegt an jedem Gesundheitsamt. Das sind Unterschiede. Bei uns ist es so, im Krankenhaus ist es wohl so, dass sie dann auch auf einer Covid-Station arbeiten dürfen. Bei uns ist es so, die negativ getestet worden sind, sind zu Hause in Quarantäne und dürfen arbeiten. Ach so, okay. Das heißt, Sie haben jetzt, wie viel, Sie haben gesagt, normalerweise, wie viel arbeiten hier und wie viel haben Sie jetzt? Wir haben jetzt 68 Mitarbeiter, haben wir insgesamt. 17 waren weggefallen und jetzt sind im Moment nur noch 5, die noch in Quarantäne sind. Alle anderen Mitarbeiter sind wieder gesund. Okay, das heißt, Sie sind wieder fast hier voll besetzt? Genau, wir haben halt Glück gehabt, dass ich vorher bei dem Unternehmen zusätzlich Mitarbeiter einstellen durfte, für diese Situation bewaffnet sind. Wenn etwas passiert, und davon sind wir ausgegangen, dass jeden das irgendwann treffen wird, dass wir sagen, komm, wir stellen lieber 10 mehr ein und sagen, komm, keine Zeitarbeit möglichst, sondern feste Mitarbeiter. Und das ging sehr gut auf. Wir haben Glück gehabt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass vor allem in Süddeutschland, in Spanien, in Italien, dass die Pflegekräfte geflüchtet sind, als sie gehört haben, dass da ein Virus im Umlauf ist. Und die sind dann schnell wieder nach, vor allem welche aus Osteuropa, nach Rumänien, Bulgarien wieder zurück nach Hause gegangen. Hatten Sie hier auch solche Probleme, dass die Pflegekräfte aus Angst vor dem Virus geflüchtet sind? Nein, das Problem hatten wir nicht. Also wir sind eher zusammengerückt und durch die regelmäßigen Fortbildungen und Testläufe, Probeläufe sozusagen, haben wir den Mitarbeitern eine Sicherheit geben können und sagen können, komm, wir ziehen das zusammen durch. Ich selber komme auch aus der Pflege und konnte natürlich auch eng begleiten. Okay. Nochmal, ich habe im Abendblatt, am vierten habe ich gelesen, dass hier sieben Corona-Tote waren und einen Tag später ist es schon neun Corona-Tote. Was sind jetzt genau die Zahlen? Im Moment ist es so, dass wir wirklich 13 Verstorbene haben. Im Moment sind fünf noch positiv, die in den Zimmern versorgt werden. Und zwei sind im Krankenhaus mit Corona. Es ist so, dass sie das gar nicht, wie soll ich sagen, es hat jemand Corona und sie können es nicht sehen. Sie können es nicht erkennen. Sie sehen nur einen Abbau des Allgemeinzustandes. Sie sehen aber keine Temperatur, keine Atemnot, keine Übelkeit. Und das macht uns das so schwierig, um zu sagen, wie geht es weiter? Okay. Wie war es bei Ihnen persönlich, wenn Sie sagen, Sie wurden Corona-positiv getestet? Sie sind jetzt glaube ich die zweite Person, die positiv getestet wurde, mit der ich dann direkt Kontakt habe. Also ich wusste ja auch, wie es gekommen ist. Wir hatten ja normale OP-Masken, sage ich nochmal, die dreilagigen. Jetzt haben wir ja die N95, die stabileren Masken. Da ich jeden Bewohner auch besuche, denen es nicht so gut geht und neue Bewohner auch mitversorbe, um zu verstehen, was hat er für Bedürfnisse, ist es so, dass ich mich bei einer Bewohnerin angesteckt habe. Ich selber hatte ein bisschen Schnupfen mehr. Es hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich habe auch leider auch sehr viel erbrochen. Und dann ging es mir drei Tage richtig schlecht mit Infusionen. Also das habe ich echt so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Waren Sie auch im Krankenhaus? Zuhause. Okay. Sie haben jetzt gesagt, die Presse war auch schon öfter da. Ich bin jetzt der Dritte. Ja. Okay. Und wie sieht es aus? Hier werden regelmäßig getestet, hier wird regelmäßig getestet, alle paar Wochen oder wie ist hier die Betreuung? Also wir haben ganz strenge Hygienemaßnahmen, vorher ja auch schon gehabt. Und das Gesundheitsamt kommt und testet alle Mitarbeiter und alle Bewohner regelmäßig, um dann zu gucken, wie es die Viren lasst. Es ist ja oft so, dass sie Corona zwar noch haben, aber niemanden mehr anstecken können. Und da sind wir wirklich kurz dran mit dem Gesundheitsamt. Was ein bisschen schwierig ist, ist wirklich Hamburg ist wieder anders als Norderstedt. Also das ist ein bisschen schwierig. Was heißt regelmäßig? Einmal die Woche oder alle zwei Wochen? Also wir haben jetzt alle zehn Tage, kann man sagen, sind wir getestet worden und zwischendurch noch einmal. Okay. Und wie ist es dann? Sind Sie denn mal Corona-positiv, mal negativ? Guten Tag. Ja, das ist halt Leben. Unsere Bewohner freuen sich halt, dass sie wieder raus können, Garten, spazieren gehen können. Das müssen sie ausnutzen einfach. Das ist klar. Ist auch unser Wunsch. Ja, es ist so, dass ich selber auch noch positiv bin, aber die Virenlas so gering ist, dass sich niemanden mehr anstecken kann. Okay. Und aber haben Sie Bewohner, die dann mal positiv, mal negativ, mal wieder positiv getestet werden? Nein. Nein. Und wie sieht es hier aus? Sie haben gesagt, die ganze Einrichtung steht jetzt unter Quarantäne. Das heißt, Besucher dürfen auch nicht mehr empfangen werden? Genau. Besucher dürfen im Moment nicht in die Einrichtung oder Neuaufnahmen dürfen auch nicht mehr einziehen im Moment. Und wir hoffen, dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind, dass das bald wieder gelockert wird. Seit wann gilt dieses Besuchsverbot? Oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Tut mir leid. Aber erst jetzt seitdem der Ausbruch war oder auch schon seit dem Frühjahr, seit dem Corona? Nein, nein, nein. Seit der Ausbruch. Seit dem Ausbruch. Okay. Ja, vielleicht haben Sie es jetzt mitgekriegt. Es stand jetzt auch groß in der Zeitung in England. Da wollte eine Frau ihre 97-jährige Mutter aus dem Altenheim abholen, weil die sich seit Monaten nicht mehr gesehen hatten. Und die Polizei hat sich daran gehindert. Was sagen Sie zu solchen Fällen? Ich finde es sehr schwierig. Also es ist ja so, dass uns grundsätzlich alle Angehörigen wirklich leid tun und auch die Bewohner. Das ist eine ganz schwierigere Situation. Wir haben Sondergenehmigungen für die Angehörigen. Wenn wir sagen, dem Bewohner geht es sehr schlecht, der Allgemeinzustand ist schlecht, dann dürfen sie natürlich in die Einrichtung. Ich kann die Angehörigen auch verstehen, aber man muss sich vorstellen, wie soll ich das kontrollieren? Also man holt den Bewohner ab, man geht ins Café, man geht in die Kirche zum Gottesdienst, man macht ganz viel privat. Dann bringt man den Bewohner zurück. Woher soll ich wissen, ob die vielleicht krank zurückkommen? Kann ich ja gar nicht. Ich kann ja keinen Bewohner dann schützen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wie gehen Ihre Bewohner damit um, wenn Sie keinen Kontakt zu Ihren Angehörigen haben dürfen jetzt? Also Sie telefonieren viel. Wir haben auch ein iPad, das heißt Videokonferenzen haben wir natürlich auch mit den Bewohnern und wir melden uns regelmäßig. Okay, alles klar. Vielen Dank für das Interview.